Datenspeicherung in Tabellen und Grundbegriffe Teil 1 Heute sehen wir uns die Datenspeicherung in Tabellen an und lernen ein paar Grundbegriffe. Ich habe hier mal eine Tabelle erstellt, die meinen Video-Upload-Plan darstellen soll. Eine solche Tabelle wird auch Relation genannt. Diese Tabelle besteht aus vielen einzelnen Feldern, welche jeweils einzelne Daten enthalten. Zum Beispiel das Feld links unten, welches 15.11. beinhaltet, ist so ein Feld. Ein Feld wird auch Attribut genannt. Diese Felder bilden Zeilen und Spalten. Beginnen wir mit den Spalten, welche auf Englisch auch Column genannt werden. Das erste Feld der Spalte legt fest, welcher Datentyp und welche Daten in den Feldern gespeichert werden. Hier haben wir als Beispiel Format, welches festlegt, dass in den Feldern dieser Spalte erstens nur Informationen zum Format gespeichert werden und zweitens nur Strings gespeichert werden bzw. gespeichert werden können. Kommen wir nun zu den Zeilen, auf Englisch auch Row genannt. Die Felder in einer Zeile unterliegen einem immer gleichen Muster, welches durch die Datentypen der Spalten vorgegeben wird. In diesem Beispiel haben wir die Reihenfolge Datum, String, String, String. Das ist das grundlegende Muster hier. Würde bei der Länge nur eine einfache Ganzzahl stehen, zum Beispiel 5, dann hätten wir die Reihenfolge Datum, String, Int und String. Eine solche Zeile bildet einen Datensatz bzw. auch Tuppel genannt. Das war bereits alles mit Grundbegriffen. Wenn ihr noch Fragen zu diesem hier habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.